Hallöchen, ihr Hasen! Tja, also Lorenz Büffel hat mich nominiert und ich habe lange überlegt, ob ich mich nackig machen soll. Ich habe den Playboy hier extra abgesagt, aber für einen guten Zweck mache ich das natürlich. So, huch, jetzt bin ich hier aber hingewiesen. So, splitternackt und natürlich jetzt noch ein bisschen Eis. Hallo, das ist aus meiner Liebes-Venus-Muschel und jetzt stelle ich hier natürlich standesgemäß als Diva in Püms. Oh, es ist kalt. Oh, man sieht es auf meiner Lippe, das ist hier auf dem Kalt hier drin. So, also, mache ich mir noch ein Sättchen auf den Ohi, das ist übergeschwappen, das kann ja mal passieren. So, jetzt gibt es noch ein schönes Sättchen. So, ich nominiere Katja Burkhardt, die kann das schön in ihrer Live-Sendung mal machen. Und dann nominiere ich natürlich Daniel Hartwig und Sonja Zitlow, weil sie mich im Dschungel so gequält haben. Jetzt müssen sie jetzt auch mal ein bisschen machen, auch mal eine kleine Dschungelprüfung machen für mich als Mutti. Und natürlich meinen Udo Lito, Udo Lindenberg. Udo, du kannst deinen Hut gerne aufbehalten und du kannst zum Beispiel auch dieses Latex-Ding anziehen, was du letztes Mal im Atlantik anhattest, als wir uns getroffen haben. Super. So, jetzt trinke ich hier nochmal. Sven, ich bin soweit. Ja. Auf die Plätze. Das war's schon. Boah, das ist abgefallen. Eben, meine Haare. Mein Wälder, ich habe sie bekloppt. Eben, das ist affenkalt. Wie lange geht denn das? Ich denke, das geht ganz schnell. Aber erstmal, du hast meine Brüste. Sag mal, was heißt denn das? Eben, das ist affenkalt. Also, man reiche mir bitte einen Lockenstab und einen Puderquastel. Wenn warst du doch wohl nicht alle. Dann trinke ich mir jetzt erstmal einen. Oh. Oh. Herrlich. Ach� sprach von hat. Okay. Gut.